Als Tonmeister des Opernhauses in Zürich möchte ich Ihnen als erstes meine Solidarität auch im Namen der Mitarbeiter der Tönder ausdrücken. Ich spreche zu Ihnen als Nutzer und als Kunde. Davon lebt ja eine Firma, von den Kunden. Seit über 25 Jahren habe ich in den verschiedensten Gebieten immer wieder mit Geräten von der Firma Studer gearbeitet. Über die Qualität der Geräte brauche ich Ihnen nichts zu erzählen. Was entscheidend für eine Firma ist, ist die Unterstützung und der Service einer Firma. Und dieser Service der Firma Studer ist beispielhaft einzigartig in der Welt. Wir arbeiten hier im Opernhaus seit langen Jahren mit einer Tonanlage von Studer, die langsam um die Jahre kommt. Wenn man darüber nachdenkt, dass man eine neue Anlage kauft, ist dieser Service, ist der Service einer Firma entscheidend. Und man überlegt sich natürlich, wenn die Firma abwandert, bleibt man bei dieser Firma. Das muss die Firmenleitung auch wissen, dass man Kunden verliert, wenn man den Stoffer verliert. Ich bin dort gearbeitet und ich möchte auch noch die nächsten Jahre dort arbeiten, weil es eine super Firma ist. Und ich bin der Meinung, wir müssen kämpfen für das, was wir haben, was wir haben aufgebaut. Und ich bin dagegen, dass man das einfach so irgendwann noch geldgierig in die Säcke überlässt. Und darum würde ich sagen, kämpfen wir weiter. Kämpfen wir auch für die, die ihre Stellung bereits verloren haben. Stehen wir zusammen und gegen die wirklich grusige Geschichte, die hier läuft. Heute zusammen auch ich arbeite bei der Studer und ich liebe alle Studer-Mitarbeiter. Wir sind eine grosse Familie und es ist lässig, dass sie gekommen sind. Wir haben uns immer Mühe gegeben, es ist uns immer gesagt worden, wenn wir unsere Arbeit richtig machen, dann geht das so weiter. Und wir sind mehrfach belogen worden. Und das ist einfach ein Scheissdreck, eine Ungerechtigkeit. Und wir sollten jetzt zusammen das durchziehen und uns wehren. Yeah! Ich habe vor mehr als 20 Jahren bei der Firma Studer angefangen und bin zwischendurch mal weg gewesen und dann aber sehr gerne wieder zurückgekommen. Also in den letzten Jahren hat unsere Firma immer wieder durchgeschüttelt und sind bei den Arbeitsplätzen gestrichen worden. Jetzt sieht es für mich so aus, als wenn das ein Todesstoss für die Firma wäre, wenn wir uns nicht wehren dagegen. Also ich arbeite seit 30 Jahren in dieser Firma und die ganze Produktionsverlagerung von der Produktion von Regensdorf auf England. Unsere Produktion, die so eng mit der Entwicklung verwoben ist, das macht etwa gleich viel Sinn, als wenn man in der Schweiz aus 18 Punkten im IO-Restaurant hat und in England ein Fish and Chips stand. Und jetzt haben die Buchhalter herausgefunden, dass die Fish and Chips-Brater billiger arbeiten als Gourmet-Küche. Jetzt probiert man, dass der Fish and Chips-Stand auch für das Gourmet-Restaurant kochen soll. Dass das nicht funktionieren kann, liegt auf der Hand. Das Problem leider bei dieser Sache ist, dass der Manager ein Engländer und der Zitter ein Amerikaner ist und der Unterschied zwischen Fast Food und Gourmet-Küche gar nicht merkt. Hallo, ich arbeite für Studer & Soundcraft. Ich bin ein Software-Developer und bin stolz davon. Wir machen sehr gut-designed Produkte mit einer hohen Qualität. Und ich schaue, dass die Produktion aus dem Weg nach England eine schlechte Qualität der Produktion wird, nur weil der Zeitraum zu kurz ist. Und ich denke, es ist zu gefährlich, das jetzt zu tun. Und wir müssen die gute Qualität und die gute Arbeit machen, die wir hier machen. Wir wollen Studer-State in der Schweiz bleiben. Es gibt absolut keinen Sinn, die Produktion und all diese Dinge in England zu transferieren. Wir wissen, dass es ein Plan für den Harmen-Konzern ist. Aber wir wollen hier bleiben. Wir wollen nicht Harmen-State in der Schweiz bleiben. Also, Studer bleibt! Also, Schweizer Qualität kann nur aus der Schweiz kommen. Darum, ich bin der Meinung, dass der Studer in der Schweiz bleiben muss. Also, wir wollen hierablernco напр